Den stehe ich jetzt bloß am Hof ab, dass man ihn da dann nehmen kann, wenn es ist. Wenn wir laden vom Kuhstall, der ist ja immer vom Kuhstall gesehen. So, der steht wieder am Hof. Sehmaschinen habe ich noch keine gekauft. Was nehmen wir denn da? LKW geht gut. Dann hat sich das ja auch erledigt. So, jetzt speichern wir. Dann teste ich das. Nein, das geht nicht. Da muss ich auf die Xbox einschalten. Dann hole ich noch die Sämaschinen. Der muss unten fliegen jetzt. Aber du hättest zuerst noch Gras säen können. Da auf das Ding auf 23, dass das gerade ist wieder. Dass da wieder. Kannst du auch machen. Auffüllen kannst du auch erst mal. Ja. 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 . So, und dann sind wir eh mit den Slots am Ende, da können wir nicht einmal Siloerweiterungen kaufen, naja, macht nichts. Ach, jetzt habe ich zwei Kaffee, zwei Sähmaschinen, kann ich auch nicht wieder verkaufen. Der steht in der Halle, beim Ding, also wo der Dünger von Anfang an ist, was steht da drin. So. 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 Vielen Dank. Gesundheit. Vielen Dank. Das gelangt Mais aus 23 und 24. So, halt, das war der falsche. Jetzt braucht man Misthafenkühe. Wie viele haben wir denn da jetzt? Da sind 104.000 drin. Ah ja, das langt leicht. Das langt leicht. Ja, ist eine gute Idee, was du da hast. Das braucht noch. Hast du irgendwo eine Sämaschine laufen? Gut. Auf 20. Auf 30. Gut. Dann fahre ich Richtung 30. Ja, wenn 30 dann fertig ist, geht der ja fast nicht mehr. Dann hau mal, probiere ich das mit dem Mist da aus. Ja. Ne, du brauchst den nicht voll machen. Bloß hinfahren, weil der Holz ist vom Kuhstab. Und das möchte ich testen, weil der es auch so macht, wie es sein sollte. Wobei der Mist dann auch schnell wieder weg ist. Wann stellen wir den da her? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ich möchte jetzt testen, ob das geht. So ein bisschen Bene Bryr escuch. Und jetzt muss das machen. Es würd rechnen. Wie immer. Ich hatte ein einsatz. Ein besondereszug. Aber alles richtig sehr gut ist. %. Das war's für heute. Mit der Sämaschine setzen wir da mal den an. Das möchte ich doch jetzt wissen, ob das so geht, wie ich es mir vorstelle. Ja, das fahre ich. 41, aber er zieht nicht ab. Warte mal, habe ich da noch etwas eingestellt, was... Dünger kaufen aus, Güllegrubelkühe, Misthaufenkühe, ja, müssen wir da eigentlich nehmen. Lass noch einmal anfangen, eine durchfahren. Der Mist bleibt auch noch drauf liegen, ein bisschen. Ja, der bleibt drauf liegen. Also der ist leer. Und dort... Ja, das... Ne, der müsste das eigentlich schon gehen. Der Schauke hat er jetzt abgezogen. Er zieht nichts ab vom Misthaufen. Der Misthaufen bleibt gleich groß. Das sehen wir ja. Der geht schon weg, der Mist, glaube ich. Da hast du noch Zeit. Da sind wir immer noch bei 100... 104.841. Vielleicht... ... am Ende vom Feld... 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 ... das da... Das ist aber jetzt nicht gepflückt, oder doch, das ist gepflückt gewesen, das Seid. Das ist nicht gepflückt. Dann hätten wir das noch machen müssen. Das ist nicht gepflückt. Immer noch 104.000, hat ja noch nichts abgezogen. Das war's für heute.